Freunde, eigentlich will ich dieses Video nicht, aber wir spielen heute den Montedep an. Da steht schon Mission Impossible dran. Diesmal ist MBK auch dabei, er hat den schon mal durchgespielt. Deswegen habe ich so eine kleine Hilfe am Start, der mir sagt, was ich machen muss. Wir versuchen mal so weit wie möglich zu kommen. Ich kann euch nicht garantieren, dass wir das durchschaffen. Aber wir werden jetzt mal 20, 30 Minuten versuchen, so weit zu kommen wie möglich. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und checkt meinen Zweitkanal ab. Let's go! Okay, geht der Timer schon los, ne? Hey, guck mal, weißt du das lustig ist? Hä? World Record, den allerersten... 10 Minuten? Den allerersten habe ich abgezogen in einem Deathmatch-Turnier mal. Soft Aim, grüße ich mir raus. Ah, und jetzt macht er elf Minuten, oder was? Hat er elf Minuten gemacht, ja. Okay, Maschine, Maschine. So, Level Stones. Nimm den Stall mit. Einen mitnehmen. Yes. Okay. Das ist ja noch entspannt. Zwei? Okay. Achso, oder drei? Zwei? Ne, eins ist bei mir. Ah, okay, eins. Und dann holst du Checkpoints. Ah, und die sind überall verteilt hier, oder wie? So ein bisschen habe ich dir zugeguckt im Stream, deswegen check ich das. Überall verteilt ist leicht gesagt. Ja, aber die sind versteckt, oder was? Ja, genau. Ja, ich verstehe. Also hat man hier auch so ein bisschen dieses Only-Up-Ding, wo man wieder ganz von vorne anfangen muss, dann? Genau, aber nur mit Checkpoints. Ja, okay. Aber wir machen erst mal... Ich bin ja auch nicht ganz schlecht, aber ich muss sagen, ich würde mich nicht mehr als gut einstufen. Ah, ja, ich würde jetzt... Ich wollte gerade eine Abkürzung gehen, aber wir können in den Normalen Weg gehen. Hier oben, oder was? Ey, einfach eine Gönnaci-Dose? Hä, wie cool. Ja, er hat reinbekommen. Ich habe Gönnaci probiert. Ich muss sagen, der Orange gefällt mir, die anderen nicht so. Aber schmeckt echt nicht schlecht. Ich glaube, das war jetzt nicht gut, ne? Ja, der Trick ist... So funktioniert er auf jeden Fall nicht und ich muss jetzt ganz von unten wieder hochlaufen. Vielleicht... Wir gehen den Normalen Weg. Wir gehen den Normalen Weg. Ja, ich sollte eigentlich auch einfach mal hören und nicht da so dumm rumlaufen. Okay. Ich bin auf dem Weg. Dauert ein bisschen. Ja, kein Stress. So. Okay, hier ist ein Gaming-Room. Junge. Ach, Digga. Ich bin so ein Idiot. Jetzt geht das wieder los, wo ich sterbe wie so ein Odomann, Digga. Ja, kurz einmal Konzentration und dann dauert es halt auch zwei Sekunden, dann ist man wieder da. So. Was mache ich hier jetzt auf einmal? Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Okay. So. Ja, dann show me the Trick gleich. Ja, aber der ist zu schwer. Lass den Normalen Weg. Dann bist du wieder unten. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, okay. Das ist ja easy hier. Ja. Ja, gut. Nein. Okay. Ekliger Jump, Digga. Muss ich sagen. Also ich sag, wir erreichen easy Level 3. Easy. Auch in der Aufnahme. Easy Level 3? Ja, ja, ja. Ich mach mir da keinen Zeitdruck. Leute lieben eh lange Videos. Kurz Weltrekord wieder. Spaß. Oh, okay. Perfekt. Ja, er macht jetzt den André, Digga. Einfach versuchen, alles zu skippen, weil man keinen Bock mehr hat. Kenn ich. Deswegen kann ich solche Deathruns halt auch nicht spielen, weil ich immer so schnell mad werde. Das Lustige ist, ich hab den ja auch gespielt, den Deathrun. Ja. Ich war der Zweite im deutschsprachigen Bereich, der den geschafft hat. Okay, wild. Und zum Beispiel, hey, Stan hat den in vier Stunden geschafft und ich hab den in drei Stunden geschafft. Ja, ja. Hätten wir gleichzeitig gestartet, wär ich Erster. Okay, stark. Und bei den Weltrekorden, die da aufgelistet wären, wär ich auf dem dritten gewesen. Hm. Aber jetzt haben die Leute natürlich reinge... Oh mein Gott. Ich dachte, wir kommen in so eine andere Welt oder so. Auf einmal fliege ich durch. Ich hab mich todeserschrotten. Okay. Ja, entspannt. Es ist halt auch nicht meine Art von Sicht. Also diese schwarzen Steine im dunklen Gegend, das ist halt mein Kryptonit. Aber das ändert sich ja noch, das weiß ich. Deswegen passt, das wird ja nicht die ganze Zeit so sein. Aber ja, eigentlich bis jetzt ist es halt ein Standard, normaler, schwerer Devron. Also ist jetzt nicht die Welt, wo man viel mit Sprinten und Klettern machen kann. Ja, 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 das stimmt. Einfach mal hier ein bisschen hochblutzen. Also, okay. Okay, wir haben hier einen Bug. Wir haben einen Bug? Nein, sag nicht. Ja, kannst du hier unter die Map fallen? Siehst du hier? Ja, ja, ja. Okay, das ist ja verbuggt bei uns, aber ist egal. So. So, das ist jetzt Welt 2 oder was? Ja, das ist hier Welt 2. Ganz easy, glaube ich. Jetzt haben wir schon einen Checkpoint. Nein, 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 André. André. Ja, ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Jetzt haben wir hier oben auch gleich einen Checkpoint. Jetzt abwerfen. Dagegen? Bisschen höher. Also, jetzt kommt's hier. Ich glaub, den bist du feilenden Part. Also, einfach normal, Devron. Jetzt ist es auch ein bisschen freundlicher alles. Wo bist du? Ich bin hier hinten. Bei mir bist du runtergefallen und dann warst du auch immer wieder oben. Dieses Fortnite Bug. Okay. So. Hä, Kylo. Oho, ui. Ui. Und hier lang. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Monte Schauer, Freunde. Aber er motiviert natürlich immer, weil er halt auch schon auf Rentnerbasis unterwegs ist. Und YouTube ist halt dominiert von jungen Leuten. Deswegen feiere ich es immer so, dass die Ü30-Leute noch ein bisschen abrasieren. Das ist immer so eine kleine Motivation, dass ich weiß, okay, ich bin gleich nicht tot in einem Jahr, weil keiner mich mehr gucken will, weil ich alt bin. Ja, das ist halt. Ja, Monte mit 50 ist auch noch gut dabei. Ja, ist so. Oh mein Gott, das war safe. Ich habe gerade einfach Glück. Deswegen ist schon, ich muss den Mann respektieren. Er hat schon einiges geschafft, was andere nicht geschafft haben. Okay, der Lebkuchenweg sieht auf jeden Fall um einiges besser aus. Okay, bis jetzt. Oh, haben wir hier oben wieder Checky, oder was? Ja, du rutschst hier. Pass auf. Kann ich mich jetzt schon auf Checky schmeißen? Du kannst versuchen, aber geht, glaube ich, nicht. Ein bisschen höher. Nee. Okay. Doch, hab. Ich habe Checkpoint gereacht. Okay. Okay. Aber habe ich auch so geschafft. Let's go. So. Junge, ich bin einfach weitergerutscht dabei. Blocken wir uns? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wir sind noch nie zu zweit gespielt. Ja. Okay, rip. Ich habe den Checkpoint irgendwie erreicht mit Werfen. Das sah ganz komisch aus, aber es sieht bis jetzt gar nicht schlecht aus. Hä? Ich spawne aber wieder hier hinten. Du hast ihn nicht gekannt. Doch. Aber der Checkpoint ist jetzt auf der Seite. Okay. Aber dieses Rutschen ist cool gemacht. Das ist nicht so nervig. Ich finde es sehr satisfying. Und jetzt. Ja. Oh, das rutscht man weiter. Jetzt wirst du ein Problem haben. Du wirst mit deinem Kopf gegen die Decke klatschen. Du musst sehr, sehr, sehr Außenjumpen machen. Oh, okay. Ekelhaft. Ja, das ist ein ekliger Jump. Es gibt doch noch einen Trick. Ja. Du kannst den Rutsch hier mitnehmen. Landest auf dem Eis. Und springst dann direkt auf den zweiten. Ist leichter, als wenn du auf den ersten raufgehst. Ja, safe. Gute Idee. Also nimmst du einen Rutsch mit ohne Klettern dann auch. Sprinten, sprinten, sprinten. Hier raufjumpen. Ja. Okay, jetzt wieder. Obwohl, direkt, direkt. Ah, zu spät. Na. Oh, das ist noch den. Oh, mein Gott. Ich habe das Rutschen halt die ganze Zeit. Du hast es nicht mehr, oder wie? Doch, doch. Das geht weg. Das ist dann weg. Das geht weg, wenn man rüber springt, ne? Ne, ne. Dann hast du es noch ein bisschen. Du musst auch ein bisschen balancieren. Aber du musst den Rutsch mit auf diese Plattform raufnehmen. Und den. Es ist Rutsch und Speed. Also zugleich. Ich verstehe, was du meinst. Ich bin wieder runtergefallen. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich muss direkt weiterspringen. Auf den zweiten und dann da balancieren. Und dann auf den zweiten. Ja, ja. Ich verstehe. Okay. Probieren wir das mal. So. Hier rüber. So. Jetzt durchsprinten. Jetzt zu mir. Also genau da. Von da. Jetzt zu mir. Und jetzt hier chillen. Ja. Okay. Hat funktioniert. Rüber. Also sprint. Ja, ja. Das war ja kein Problem. Hier wichtig. Oh, eklig. Das ist sehr eklig. Guck. Also ich aim mal ganz. Ich als Test für mich selber. Ich aim mal jetzt ungefähr auf diesen Eiszapfen. Okay. Das ist richtig. Auf den Eiszapfen aim. Ungefähr. Direkt mit reinsprinten. Ja. Auf den Eiszapfen. Ich glaube, du hast verkackt. Nein, nein, nein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du bist so ein Bursch. Okay. Okay. Jetzt ist hier eklig. So. Ja. Da hoch. Hier hinten. Hier sprinten. Ist weiter weg, als es aussieht. Oh. Der andere drüben da. Alles okay. Und hier ist ja alles so selbsterklärend. Ja, das ist ja kein. Hier ist kommt was sehr ekliges. Okay. Wo ist Checkpoint, Junge? Ich weine gleich. Hier nach. Nicht mal hier nach. Gleich erst. Okay. Guck mir jetzt zu. Ja. Ich aim da hin. Guck jetzt, wenn er hin, wenn er kommt. Ja. Aim hin. Und du fliegst nur, wenn du da auch dahin guckst in die Richtung. Ja, okay. Ich verstehe. Also eigentlich nicht schwer. Ja. Ja, ja. Das kann ich auch. Jetzt hart abwarten. Genau. Es kommt. Jumpen. Und rüber. Ja. Easy, easy. Immer noch kein Checkpoint. Boah. Hier gibt es einen Geheimgang. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch in den ganzen Streams so gesehen, dass ich hier langgegangen bin. Ja, aber hier können wir ja nicht sterben. Also hier können wir ja nicht runterfallen. Hier. Ins Wasser jetzt. Ja, hier kann man ins Wasser fallen. Sehr weit auch wieder. Ja, passt. Okay, hier um die Ecke. Und hier ist das safe. Oh, das ist auf Only Up Basis. Hä, wie cool. Okay, Checkpoint. Jetzt kommt, nee, nicht Only Up. Jetzt kommt, ähm, du meinst Alter 4. Pass auf, Falle. Nein, Alter 4. Ja, cringe. Aber egal, ich habe Checkpoint. Ja. Einfach hier hinter. Ja, ich bin da. Guck mal, den kann man dodgen, da wo der, wo der Sand, genau, hier auf die, auf die Schienen übergeht. Der hätte man ja studiert, ne? Der muss man ja auch dann, wenn man sie drei Stunden durchspielt. Also, das ist schon eklig. So. Hä? Meiner wollte nicht klettern. Okay. Egal, wir machen weiter. Wir sind gar nicht so, also, wenn, klar, hätte jetzt, äh, Milkan hier mir nicht geholfen. Wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter hinten, aber bis jetzt ist der nicht schlecht gemacht. Oh mein Gott, der kommt ja wieder zurück. Ja, du bist ja wieder rein. Ja, jetzt kickt meine Ungeduld wieder. Aber bis jetzt ist der nicht frustrierend gemacht. Das kommt wahrscheinlich erst später. Aber da haben, ich denke mal, Monte hat jetzt auch nicht wirklich mitgeholfen bei der Map, sondern hat sich die bauen lassen. Ähm, wirklich sehr, sehr cool gemacht, ja. Ja, man kann nicht klettern, ne? Du musst so Jump, Jump machen. Du musst rüber, ja, ja. Ja, jetzt spawn ich halt immer hier hinten. Das ist eklig. Also, mein erster Run, und ich glaube auch bis hier hat ein bisschen gedauert, mein erster Run war drei Stunden. Ja, aber du musst es ja ausprobieren. Das müssen wir ja zum Glück nicht mehr. Ey, Moving Objects in Fortnite so und nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Gar nicht mein Ding. Weil man buggt halt immer so eklig rum. Das ist mein erster. Hier bin ich ein bisschen hänger geblieben, Style. Okay, eigentlich müssen wir nur abwarten, bis sie sich drehen. Und jetzt? Und jetzt rüberjumpen. Ja, okay, let's go. So, hier ist OG. Ich bin ein Parcours, ja. So, wird eklig. Eklig, eklig. Mag ich nicht. Aber bin ich eigentlich nicht so schlecht drin, ne? Ja, okay. NBK Classic war, ich bin erst mal rechts lang gegangen. Ja. Aber es geht spiel lang. Du not enter steht da. Ja. Entweder du springst früh genug oder du musst klettern. Ja, ja. Bin da. Ja. Oh shit. Passt zu weit. Das war close, Digga. Ich weiß gar nicht, ob wir uns blocken. Du hast euch einmal getechtet. Nein, nein, blocken wir nicht. Blocken wir nicht. Okay, lass dich vor. So. Ein Checkpoint dauert noch. Zurück gehen, vor gehen, jumpen. Ich wurde getroffen. Oh mein Gott, jetzt bist du. Oh mein Gott. Und jetzt geht's los. Jetzt ist es frustrierend, weil ich jetzt alles hier von vorne machen muss. Ich wollte zurückkommen auf entspannt. Ich bin auch down. Cringe. Wow. Das ist eklig. Ich meine, es ist nicht weit weg. Aber jetzt kommen diese, wo man echt schon Fehler machen kann, Dinger. Ungeduldigkeit aber, ne? Ja, das meine ich. Moving Objects, Dinger. Man bleibt stecken und lag drum und kann nicht weiterlaufen. Ich liebe es. Kappa. Ich liebe es. Okay. Komm schon. Man muss echt warten, dass er auf der linken Seite startet. Weil sonst kriegt man diese Ultra-Lags. Also muss ich jetzt warten, bis der nach links geht und dann einmal durchziehen. Und jetzt. Ja. Ach nö, Diggi. Ach nö, Diggi. Ja, dass du da bist zum Monte. Oh nö, Diggi. Ich meine, er hat ihn ja auch gebaut, damit er frustrierend ist. Also kann ich schon verstehen. Aber noch bin ich nicht gebrochen. Wir müssen warten. Und go. Okay, wir haben's. Let's go. Jetzt kommt dieser Ekel-Parcours hier wieder. Aber das ist eigentlich nur Geduld. Ein bisschen chillen. Und dann... Das ist eigentlich auch kein Problem. Dann hier hoch. Und klettern. Okay. So. Hier noch einmal konzentrieren. Und hier rüber. Dann haben wir das Ganze auch. Und jetzt kommen wir hier wieder hin. Oh mein Gott, ich hab Gefährtfänger, Bro. Nein. Okay, ich probier's. Ich probier's. Das ist eigentlich easy mit Sprintjumps. Aber ich hab da... Okay, ich hab's. Oh mein Gott, Junge. Ich konnte nicht mal reden. So anstrengend war das. Walking, Jumping. Ach nö. Was hat da... Oh, hier gibt's noch ein extra Energy-Ding. Ich warte hier auf dich, ja? Ich komm's zeigen, ja, ja. Okay. Wir machen kurz Cut, bis MBK da ist, Freunde. Bis gleich. So. Ich hab absolut keinen Bock auf das. Weil sonst muss man alles von vorne machen. Ich zeig das. Ja? Ist easy, sagst du? Nee. Okay. Okay, geil. Kapper. Und mit. Und... Ja, mit Sprintjumpen. Oh. Und dunken. Mit Sprint? Ja. Muss. Okay. Wenn er genau bei dir ist. Und go. Oh, es war zu spät. Warte, 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 warte. Ah, zu spät. Ah, ha, 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 ha. Ah, zu spät. Leider, no. Junge, das war super einfach, Digger. Och nö, Junge. Ich bin wieder hier. Freunde. Bin jetzt schon gebrochen. Wir haben nicht mal 10% von der Map oder so. Aber ich mach jetzt weiter. Okay, sobald das Kack-Ding sich dreht, sprint ich los, ja? Go. Und... Okay, auf die Seite. Ich bin runtergefallen. Nein. Ja, aber ich bin wieder da gleich. Okay, ich probier's auch. Mir egal. Oh mein Gott, ich hab's. Aber hier ist nochmal Troll. Oder? Ah, warte, wo bist du jetzt? Äh, ich bin jetzt in dieser Kuhle drinne. Die danach kommt, weißt du? Nee, ich warte nicht. Soll ich hier warten, lieber? Ich warte hier. Freunde, wir machen nochmal kurz Cut. Okay. Happy Case am Start. Yeah. Okay. Weißt du, das ist meine letzte Chance. Ich wein sonst. Weißt du, das ist hartes? Ja, ja. Einfach rüber. Okay. Oh! Digga, was war das? Ich wurde davon getroffen, aber nicht gerade egal. Du hast dann, du bist dann losgelaufen. Daraus gekommen. Egal, egal. Ich hab's geschafft. Okay, guck mal. Nein! Nein, chill. Okay, aber eigentlich bin ich ganz gut drinne. Denkt man sich. Auf der linken Bleibe. Warte, warte, warte. Bro. Yo, da fliegt noch mehr Scheiß durch die Gegend. Guck mal. Hier aktiviert es den rechten. Dann können wir hier chillen. Und jumpen. Guck genau zu. So. Dann kannst du aber rüberjumpen. Und wir treffen uns dann hier, wo du safe bist. Okay. Hier aktiviert es den rechten. Wenn du auf die erste Plattform raufgehst, aktiviert es den ersten. Und dann einfach jetzt rüber. Jetzt einfach immer den... Aber es kommt kein Kacke angeflogen. Ja, weil wir zusammen rübergegangen sind. So, jetzt einfach, genau. Jetzt einfach normal. Einfach, Ding, es kommt wieder gleich was, aber das trifft dich nicht. Einfach chillt. Warte, warte, warte. Bin hier, bin hier. Bin hier. So. Oh, okay. So. Bin da, bin da. Treffen wir uns hier. Bin da. Jetzt ist wieder... Warte. Okay. Ja. Ich muss ungefähr denken, wann es hinter dir kommt. Ja, ich überlege. Achso, und hier ist Checkpoint. Ich hab's, ich hab's. Pass auf, Alter, es ist gerade noch hinter dir gekommen, ne? Boah. Wo ist Checkpoint? Hier. Oh mein Gott, Freunde. Okay, geil. Ah, das ist alte Feirstyle, okay. Ja, ja, ja. Geil, jetzt hab ich Checkpoint. Jetzt kann ich auf Big Boys machen. So. Ich krieg's nicht hin. Aber ja, das ist kein Problem. Muss ich kurz einmal das Timing abchecken und dann bin ich halt auch weiter. So. Yeah. Und rein da. Hey, auf einmal sprintet der nicht, Junge. Fynn, das ist so random. Ich schwör auf alles, Digga. Macht mich so aggressiv, dieses Spiel. Ich drück Sprinten, er sprintet nicht. Dann, ich drück nicht Sprinten, er sprintet nicht. Hier gibt's auch kein Sprinten. Hier kann man nicht sprinten. Ach, Digga. So. Jetzt einfach auf das Holzding, oder was? Ah, ich verstehe. Ja, okay. Ist hier durch? Hä, warum werd ich denn weggehauen? Ich wurd doch gar nicht getroffen. Es sind unsichtbare Bumper unten dran. Wenn du getroffen wirst. Okay, kann ich von hier noch irgendwas machen, oder musst du jetzt runterspringen? Nee, muss auf die andere Seite gehen, ja. Ja, okay. Unsichtbare Bumper, okay. Ja, also Zonen, die dich wegbumpen, ne. Ja, muss ich auf das Ding rauf, wo du drauf bist, oder wie? Am Ende ja, oder? Ich bin ein bisschen weiter. Okay. Okay, ich bin hier jetzt. Jetzt aber, wenn du rüberjumpst, durchspringen. Und rüberjumpen. Und schnell, was ist hinter dir? Und hier bist du safe. Alter, wärst du safe gewesen. Jetzt da rechts. Mit Sprinten oder ohne? Gibt gar keinen. Okay, hab ich? Die Frage war grad troll, oder? Und dir? Irgendwie schon. Ey, da ganz oben gehe ich immer und dann auf die Treppe. Einfach noch weiter höher? Ja. Jetzt über auf die Treppe rüber. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. Pass auf, der zweite kommt rausgeschossen. Dann kannst du so normal dodgen. Der zweite kommt rausgeschossen? Ja, also der untere zweite. Nur die unteren. Genau. Ah. Pass auf, ich weiß nicht, ob er nochmal dodgt. Wenn nochmal rauskommt. Und jetzt musst du hier rauf. Da kommt nichts mehr. Jetzt auf dein Ding da rauf? Genau. Bruder, was machst du? Oh mein Gott, war das alter. So, und jetzt, äh, am Ende. Also nicht an diesen dicken Dingern, sondern hier so raus. Genau. Jetzt wird's noch ekliger. So, gutes Timing, brauchst du? Boah. Sehr eklig, sehr eklig. Oh mein Gott, warte. Digga, du bist richtig gut dabei, ne? Hier hin. Okay. Du, dass du ein bisschen kommentiert hast, weil die letzten 10 Minuten hab ich aber nichts gesagt. Okay, gar kein Stress. Jetzt gehen wir hier hin. Und hier ist auch eklig. Hier kannst du den Safe-Modus machen und auf links gehen. Ich mach den, äh, ich will eigentlich A-Modus. Auf links gehen? So, einfach, äh, Neo-Jump oder was? Okay. Normale Leute wären hier hingegangen. Safe nicht. Äh, jetzt ist es ganz eklig. Nein, nein, nein. Sie ist, sie hat eine Blume. Ja. Und jetzt ist hier ganz oben auch noch eine Blume. Du darfst nicht runterfallen. Okay, okay, okay. Da bin ich eigentlich ganz gut drin, ne? Ja, dachte ich mir auch immer, aber das ist anders. Nein, jetzt muss man hier immer wieder diesen Neo-Jump machen, wenn man das verkackt. Okay, ich hab's geschafft. Okay. Bro, das ist gar nicht, also meiner fliegt gar nicht so weit. Äh, ja, dann bremst du jetzt so viel ab. Muss man irgendwie, kann man wieder sprinten? Nee. Hm. Oh mein Gott. Junge, wie ekelhaft der Typ ist. Also das ist schon echt. Okay. Das ist eklig. Noch richtig runtergefallen. Ist Fingerspitzen gefüllt. Sehr. Aber okay, okay. Ja, man muss, okay, ich hab den, glaube ich, Rhythmus raus. Man muss hier rauflaufen. So, und dann jetzt schon ein bisschen bremsen. Und dann bremst du auf einmal komplett, Digga. Also. Es ist sehr, äh, sehr direkt, wenn du in eine Richtung gehst, wegen diesem, wegen dem Bloom-Effekt, wegen dem Bumper-Effekt da. Nein. Och, jetzt muss ich das hier wieder machen. Okay. Aber zuerst dieses Drehrad? Ja, ja, aber der Bloom-Effekt ist echt eklig. Ja. Ich glaube, das ist mein Kryptonit hier. Bis ich den Neo-Jump verkack, hab ich das Gefühl. Ach, Junge. Ich schaff das, Freunde. Let's go. Da rein. Ich bin drin. Was geht ab? Hier kommt's zu mir. Ja. Checkpoint. Oh. Ich weiß nicht, ob ich getroffen hab. Ich glaub nicht. Das wird da stehen. Ja, jetzt. Okay. Hab ich. Ja, also in einem Speedrun lässt man sich eigentlich runterfallen, weil du spawnst auf der anderen Seite dann direkt. Okay. Also wenn du runterfallst, ist nicht schlimm hier. Runterfällst. Ja. So, und jetzt ist das hier der Part. Ja, okay, das ist dieser, äh, ah, okay. Hab ich mir gedacht, aber irgendwie wollt ich es nicht wahrhaben. Aber ich spawn jetzt hier vorne, oder? Ja, du bist jetzt. Ja, ich spawn jetzt hier vorne. Ach, safe. Okay. Ja, safe der Grund. Hm. Okay, was ist das? Kupfer sammeln. Ich hab Kupfer eingesammelt. Kupfer? Ach so, ja, das ist Materialien, so. Keine Ahnung, wofür das ist. Okay. Bin da. Ja. Was ist hier? Ja. Oh no. Oh no. Das ist easy. Jetzt, wenn du nur mal rüber springst, dann. Okay, hab's. Jetzt kommt, jetzt kann wieder dein Kryptonit kommen. Aber eigentlich, glaube ich, kannst das gut. Guck mal hier rüber. Und dann auch so ein kleines Ding. Schwer mit Klettern. Mit Klettern? Ja. Okay. So, hier hat's sehr lange gebraucht, bis man herausgefunden hat, wie es richtig geht. Aber guck mal zu. Wow, aber das war eine wilde Taktik. Also, wenn das die nächste Stage wäre. Das stimmt. Aber das ist sie halt nicht. Du musst, ich komm schnell, warte. Ja, ja. Das ist sehr eklig, weil wirklich krass eklig. Okay, ich bin gespannt. Freunde, das ist mein letzter Try. Wenn ich das verkackt, mache ich sowas von aus und haue mich dann. Aber offline. Okay. So. Ey, Bro. No. Du bist in so einer Schleife des Lebens gerade, Dinger. Ich bin gerade. Hilfe. Hilfe. Okay. Äh. Okay, jetzt machen wir die andere mal. Ja, der geht automatisch da hoch. Deswegen habe ich nicht gewonnen. Okay, das war noch die letzte Zeit. So, abwarten. So. Jetzt bin ich in diesem Kreis. Ja. Ich darf einmal den Kreis mit. Nur so geht das auch. So, jetzt laufe ich den Kreis hier mit. Und dreh mich hier. Und rüber. Und abfahrt. Genau. Bis zur Hälfte. Da warten. Da warten. Umdrehen. Aber jetzt noch eine Runde. Noch eine Runde. So. Zack, 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 zack. Da warten. Jetzt kannst du umdrehen direkt. Wieder zu spät. Wieder zu spät. Uuuh. Lange, muck dich. Freestyle. Foot, foot, foot. Freestyle. Junge, ich fühl's, Digga. Zack. Wieder Checkpoint. Jetzt schon. Digga, so eine Noob-Map. So, jetzt kommt es. Das ist ja echt der Anfänger gemacht. Jetzt speedrunnen wir durch, Digga. Auf geht's. Aber was erinnert dich das hier? Äh, Borderlands. Ja. Ja. So, zack, zack, zack. Ja, mein speedrun. Also, ich mach jetzt natürlich weiter. Aber ich dachte mir, wenn ich da hinten draufgehe, dann mach ich komplett neu. Äh, hör ich komplett auf. Ich wollte gerade sagen, du sagst, jetzt bist du noch nicht so weit. Aber jetzt bin ich noch nicht so weit, Digga. Jetzt bin ich hyped. Aber hier gibt's ja Stelle, da wo du brechen wirst. Aber ich glaub, ich glaub auch nicht, dass... Also, obwohl... Ah, doch, da kommen wir easy hin. Junge. Äh. Diese kleinen Kackdinger sind halt mein Kryptonit. Ich sag's dir ehrlich. Aber ich schaff das. Ich weiß nicht, wie meine Spitzhacke vor mir gespawnt ist und nur die zu sehen war. Vor allem, man sieht Spitzhacke hier. Doch, man sieht Spitzhacke hier. Da? Muss ich hier sprinten, um raufzukommen? Ja. Also, damit bleibst du direkt drauf. Ach so. Ich glaub, ich muss nicht sprinten, um raufzukommen. Ich muss nur einen Momentumjob machen. Es kann sein, ich weiß, das weiß ich nicht. Also, hier gebe ich auf jeden Fall nicht auf. Das ist ja super einfach. Warte. Oh, meiner ist einfach gesprungen. Ja, okay. Sprinten, oder? Nee. Junge. Klettern ist so kacke gemacht in dem Spiel. Bitte. Dass er danach nochmal runterrutscht, gar kein Sinn. Er landet und rutscht dann runter. So dumme Logik, Digga. Wünsch ich, ich wäre Minecraft-Youtuber. Ich glaub, ich bin nicht. Okay. Jetzt. Wenn da, was geht ab. Okay, are you there? Ich bin are you there. Andre, ich aktiviere für uns. Ja? Und du kannst ja dann schon mal... Okay, alleine wäre es eklig. So? Warte, warte, warte. Der letzte? Ja, easy, easy. Ach so, die bleiben für immer, oder what? Nein, nein, nein. Und rüber. Ja, okay. Wir können direkt den Speedrun-Weg gehen. Ja. Oh, warte. Sprinten und nach oben. Ja. Dann geht man hier hin und dann so. Momentum. Auf jeden Fall nicht, Digga. Lasst mal stecken. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, schickt mir gerne ein Foto irgendwo, wo ihr mich habt. Wo ihr das Ding fertig gespielt habt. Aber ich bin raus. Wir nehmen seit 40, 50 Minuten auf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und checkt meinen zweiten Kanal ab. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.